Das ist mir super riskant sonst Oh Gott, oh Gott, nein, 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 nicht übertreiben, okay TNC? Nicht übertreiben Was ging da noch? Ja Ja Na 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 Dann gehen ein ganz schnelles Thema aus meinem fetten Feld selber auch nicht ein Und das ist immer sehr tragisch Nicht wirklich, aber das könnte ja tragisch sein Könnte so gewesen sein Ja, könnte so gewesen sein So ein paar mehr Fackeln Aber es wird doch Irgendwie Oh mein Gott Was ist das für eine riesen Halle? Alter Das sieht aus, als wenn hier ein Creeper equiliert wäre Ich habe auch schon überlegt, das mit TNT jetzt zu machen, aber TNT ist mir einfach zu unkontrolliert, deswegen mag ich nicht so gerne mit TNT arbeiten Weil es reißt oft das weg, was nicht weg soll Und das finde ich dann immer Nicht zu toll Deswegen arbeite ich eigentlich ungern mit TNT, wenn es irgendwie wirklich eine Welt ist, die ich Und das finde ich, wenn es sich Ich mache ab und zu immer auch solche Welten Ne, so einfache neue generierte Welten Und irgendwie ein Haus bauen und so und das dann einfach hochjagern Und einfach nur die Welt so hochjagern Ne, wo ich dann aber nicht weiterspielen dann in der Welt Aber wenn ich in der Welt weiterspielen möchte, dann Dann muss ich eigentlich so gut wie nie TNT Das ist mir einfach zu was ganz Weil wenn es dann kaputt ist, dann ist kaputt Ahhhh Ahhhh Jo 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 Aaaaaahhh Schmerzen Wie viel Ei sind und Kohle wie er schon rausholen, ne Ist schon unmenschlich ach ich hier wollte ich doch auch oder einmal nur ein tnt block nur aber nur ein es ist mir so riskant sonst gott nein 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 nicht übertreiben ok tnt nicht übertragen das ging ja noch gut mehr aber nicht mehr tnt wird hier nicht genutzt ist ne was ich einfach mal machen würde jetzt glaube ich ich mute mich mal raus und dann mache ich eine zeitrefferaufnahme von also bis gleich 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 ich habe das werk vollbracht die monsterfalle ist vollendet zumindest hier unten oben muss noch aber das ist mir gerade ist es ist mir gerade egal zumindest ist hier unten fertig und die sieht mit dem Nebel da ne die sieht so episch aus und die Kiste nicht vergessen egal das sieht so episch aus das ist einfach nur geil kloss mit der Höhe lässt sich auch sowas sieht irgendwie episch aus wie lange saß ich jetzt da dran also in der falle da unten 20 minuten gerade mit dauer klicken mein armer finger da würde ich jetzt lieber nicht runterfallen ja wir wundern dass die Öfen sind fertig wenn wir die Sachen holen so wie rohstoffe wir gerade da unten gelassen haben weil wir das nicht mitbekommen haben aber egal ist egal ja ich würde sagen nächstes Mal machen wir hier noch das alles schön dicht und dann haben wir die XP-Farm so gut wie fertig außer dass wir hier noch irgendwie einen Raum brauchen um hier reinzugucken zu können ne ich werde uns das wieder so machen normal und hier raus gehen und nach oben gehen und langsam mal die Verabschiedung machen weil ernsthaft mein Finger tut weh warum nur ja ja boah ey das war heftig das war echt heftig aber es ist fertig es ist vollbracht na egal mein Nacken da würde ich sagen bis zum nächsten Mal zu Let's Play Minecraft Together Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017